Einen feucht fröhlichen guten Tag wünsche ich euch zu einer weiteren Runde Dark Souls 3. Ich bin auf jeden Fall bereit, bereit. Ne, ich habe auf jeden Fall mega Bock, hier jetzt den Endgegen herauszufordern. Das wird unser Ziel in dieser Aufnahme sein. Ich hoffe, das schaffen wir in dieser Folge, sonst werden wir es nächste Folge schaffen, oder übernächste. Aber ich bin jetzt mal mutig und sage, das schaffen wir jetzt in dieser Folge. Eckehaft. Fucking. Fucking fuck fuck. Ich sage einfach mal, wir schaffen es in dieser Folge. Ich bin da wirklich euphorisch. Junge, schieß. Danke dir. Ey. Ich schieß mal noch einen. Junge. Du bleibst Luftunterstützung. Jetzt kannst du aufhören, Jungen. Jetzt kannst du aufhören. Alter, das ist so ein genialer Mann. Warte, ich will mal mit einem Fernglas drauf aimen. Warte. Wo kann man das denn nehmen? Wo kann man das denn nehmen? Hier. Oder hier. Ah, hier. Da ist er. Hallo. Cool. Cool. Aber das Fanker, es wurde alles jetzt gemacht, ne? Normalerweise hat man es mal in der Hand gehalten. Gut. Jetzt wird ernst geschmiert. Da hat er uns damals auch noch abgeschossen, aber wir haben ja Freundschaft mit ihm geschlossen. Das ist ja unser Dude, unser, unser guter, guter Freund und Helfer, sage ich mal. Na, mein Freund. Das ist mein guter, alter Kollege, der fluchverderbt ist Großholz. Der ist ultra langsam, ne? Alter, fuck. Oh mein Gott. Was ist er denn da? Fuck it. Alter, scheiße. Was geht denn jetzt ab? Aua, hä, was muss ich denn machen, alter? Ich check's gar nicht. Wie kann ich denn gegen den Käpt'n? So. So. Da sind schon wieder neue. Oder chillen die da? Okay. 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 Alter, man kann ja immer nur einmal hüten, alter. Was ist das denn? Sau der Jahre. Aber ich kann ja jetzt mal mein Schiff wegpacken, ne? Ich weiß wirklich nicht, wie ich ihn bekämpfen soll. Nein. Das Problem ist eigentlich nicht er. Ihn könnte ich eigentlich ganz gut ausweichen, aber seine Kumpanen hier. Da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Danke dir. Okay, den kann man gut ausweichen. Ich kann mal letztendlich so verkommen jetzt auch schon trinken. Toll. Oh, jetzt kann ich. Oh, leil. Ah, deswegen. Das geht also doch ganz gut. Ich weiß nur noch nicht so ganz, wo ich ihn als letztes abdrechnen muss. Oh, leil. Okay, das ist nice. Das ist... Alter, was kommt... Oh, mein. Das ist aus dem rausgekommen. Ach, du schuss. Ich würde gerne mal an ihn herankommen, aber... Ich sehe ihn noch nicht mal jetzt. Ach, du schuss. Ach, du. Ach, du heilige... Mutter Maria. Ich weiß gar nicht, was ist, was hier abgeht. Das habe ich schon einmal noch mal getroffen. Das habe ich schon einmal noch mal getroffen. Drücken aber auch nicht so viel. Nein. Nein. Das war's. Nein. Alter. Ich weiß nicht, ob ich das so glauben kann. Ich weiß wirklich nicht, ob ich das so glauben kann. Ach, verdammt. Nein! 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 So weit ist es schon gekommen, da ich von diesem einfachen Trottel hier überrannt werde. McDonalds. Okay, ich habe gerade irgendwas über McDonalds hier gelesen. Ihr könnt es noch mal genauer lesen. Ich weiß nicht, was da jetzt so vor sich geht. Ich weiß nicht, was da jetzt so vor sich geht. Na? Aber wenigstens war kein Leben verloren. Ich weiß wirklich, ich habe noch keine Strategie gegen den anzukämpfen. Er alleine wäre okay, aber ich weiß nicht, wie ich mit diesen ganzen Vasallen umgehen soll. Das bringt mich wirklich in ganz starke Schwierigkeiten. Das bringt mich wirklich in ganz starke Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr zielen kann. Ey! Du wirst immer schlechter anzielen. Er kann mich gar nicht mehr treffen. Guck mal an. Ey, was machst du? Junge! Seit wann kannst du so schlecht zielen? Ah, danke. Sehr nett. Das war's. Das war's. Das musst du nicht machen. Obwohl, es wäre schön, wenn du mir noch bei dem einen großen Typen hier helfen würdest. Aber ich glaube, so weit oder hier da rein kannst du nicht schießen. Wäre cool. Wäre doch recht cool. Ich will mal in diese Blumengasse hier entlang gehen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wie ich ihn bekämpfen soll. Nicht voraus von Turmen. Aha. Also, ich könnte mir erst diese Typen schnappen. Das ist klar. Wenn ich die schon mal minimiere, wäre es doch schon mal nicht schlecht. Zum Beispiel den hier. Aber er wacht schon auf. Fuck, Alter. Aber der eine Schwierige ist schon mal weg. Das ist gut. Und der anderen Tribble... ...travelte da vielleicht... ...platt. Aber... Boy, das hat mir gar keinen Schaden gemacht. Warum nicht? Total. Im Geschenkenmaul. Guck mal nicht ins Maul. Alter, nein! Sehr schön. Ja! Komm, mach schneller! Oh nein! Wieso überlebe ich das überhaupt unbeschadet? Überall! Ich freue mich darüber! Ach komm, steh auf! Kann ich auf den Arm anreißen? Nee! Oh mein Gott! Ich hab's überlebt! Oh mein Gott! Ich hab's überlebt! Okay, ich hab wieder keinen Schaden bekommen, warum auch immer! Nein! Das ist nicht dein Ernst! Aber... Lass mich jetzt mal weg! Alter Vater! Was ist das für ein Monstrum? Hier muss ich noch analysieren, wie ich das am besten mache! Scheiße! Alter, man kann keine Taktik machen, weil der macht so viele unterschiedliche Angriffe! Ja! Nice! Was passiert jetzt? Alter! Leck mich an der Rat! Wo muss ich jetzt sowas angreifen? Ja! Ich hab keine Ahnung, wo ich angreifen muss, ist das Problem! Geschafft! Ja, leider! Nicht geschafft! Wo muss ich angreifen? Ich versteh's nicht! Ach! Ach Mann! Scheiße! Warte! Was ist das? Wo muss ich angreifen? Den Arm? Hey, ich habe keine Ahnung, wo ich angreifen muss. Mann. Als ob ich den Arm angreifen muss. Alter, weißt du, wie schwer das ist? Alter, weißt du, wie schwer das ist? Ich habe keine Ahnung, wo ich angreifen muss. Wirklich, Leute. Arm. Den Arm. Arm. Den Arm. Ist das euer? Ich muss den Arm angreifen. Ich muss den Arm angreifen. Alter. Der Arm. Der bewegt sich die ganze Zeit und ich soll den Arm angreifen. Alter, ist das euer Ernst? Ist das lächerlich, Alter. Junge. Was ist das denn? Oder da muss es doch irgendeinen Trick geben. Also, sorry, aber... Alter. Alter, das ist hart. Das ist hart, doch. Also, ich kann doch nicht den Arm angreifen. Vor allem dauerhaft die grüne Suppe, weißt du. Dauerhaft. Kannst du bitte... Ist ja nett von dir. Danke. Weiter so. Hallo? Danke. Für diesen guten Morgen. Danke. Für diesen guten Tag. Danke. Dafür, dass wir Danke sagen. Danke sagen. Fünf. Oder so. Ganz ehrlich, wenn ich... So eine Scheiße ist hier, ne? Und solche ein Gegner ist hier. Dann bin ich immer total... eklig im Sinne von... Ich singe dann so komisch. Irgendeine Scheiße und werde einfach nur hyperaktiv. und denke mir halt einfach... What the fuck? Nein, ganz ehrlich, aber das ist doch schon ein bisschen krass, oder? Also, ich weiß es nicht, ob es wirklich so krass ist, wie ich es gerade denke. Aber das eben, was da eben passiert ist, habe ich schon als hart empfunden. Also, wirklich als... Oh, guck mal, hier liegt noch was. Hey, kann man da rüberspringen? Kann man es schaffen? Ah, gut, kann man. Großsensor. Uh, nice. Ja, mach mich ein bisschen sauer, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ich gegen ihn kämpfen soll. Also, Merz, das geht doch eigentlich nicht, oder? Was ich gerade gemacht habe. Ja, irgendwie muss es mehr gehen. Ist der irgendwie zu stark für mich von Anfang oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich bin ja wirklich... Diesmal gut, wirklich gut gewesen, sag ich mal. Klar, nicht perfekt, aber doch schon recht gut. Und trotzdem hat es nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Ja, natürlich jetzt einfach leuchtet. Und wieder habe ich gerollt und habe keine Schanen bekommen. Ich glaube, selber, selbst wenn man dann manchmal getroffen wird, so kann man das nicht verfallen. Das ist komisch. Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Egal. Gut, ab in den zweiten Ring. Haben wir hier irgendwas? Ah, ah, okay. Okay, 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 okay. Man hat also doch mehr Anwuchsflächen, als ich dachte. Dann ist es in Ordnung. Ist zwar immer noch hart, aber... Es geht auf jeden Fall besser. Ich werde dann von... Mal nicht anvisieren. Alter, fick dich. Oh mein Gott. Bitte lass es sein. Mach die Pfoten weg! Scheiß Idiot. Oh nein, oh nein, oh nein. Weg mit dem Arm. Sehr schön. Ah, fuck, 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 weg. Nein! Nein, 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 nein. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, das schaffen wir diese Scheiße hier. Aber es dürfte eigentlich klappen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Nochmal. Ich hoffe, das war... Tschüss. Vielen Dank.